Das Thema, was wir heute einführen wollen, ist der logische Übergang von unserem ersten Block, von der Frage der Informationsrepräsentation in die Informationsverarbeitung, nämlich die Frage, wie kommen wir eigentlich von der analogen Welt in die digitale Welt? Und alles, was wir im Computer machen, funktioniert ja in der digitalen Welt. Da haben wir jetzt kennengelernt mit Nullen und Einsen oder mit dem Binärsystem. Und wir werden noch kennenlernen, wie ein Computer dann mit Nullen und Einsen Informationen verarbeiten kann. Also wie funktioniert das dann konkret, wenn ich zum Beispiel eine Addition durchführe, wenn das nur mit Nullen und Einsen passiert und was für Mechanismen kommen da zum Tragen? Und wir werden sehen, die sind überraschend einfach und die Summe und die Menge an kleinen Operationen, die so ein Computer durchführt, die machen dann das Gesamte aus. Das werden wir in den nächsten Kapiteln kennenlernen. Aber jetzt geht es erst mal darum, wie kommen wir eigentlich von der analogen Welt, von den Dingen, die in der analogen Welt existieren und die wir sozusagen gerne in den Computer bringen würden, um sie dort verarbeiten zu können, wie kommen die eigentlich da rein und was ist der Unterschied überhaupt zwischen analog und digital? Und die Frage nach, was ist der Unterschied zwischen analog und digital, die versuche ich immer als erstes an diesem Bild zu diskutieren. Und die Frage, die sich hier sozusagen stellt, ist, wenn wir dieses Podest, ich sage mal, das ist einfach ein Podest aus was auch immer, Beton, Holz oder was auch immer, und man kann auf der linken Seite auf dieses Podest steigen oder auf der rechten Seite. Und die Frage, die sich hier jetzt stellt, ist, auf der linken oder rechten Seite, wo kann ich stehen auf dem Weg nach oben? Wo kann ich überall potenziell stehen? Wenn ich jetzt beschreiben müsste, dass jemand gerade auf der rechten Seite hochgeht, welche Möglichkeiten hätte ich zu beschreiben, wo diese Person gerade steht? Und auf der linken Seite, welche Möglichkeiten hätte ich dort zu beschreiben, wo jemand gerade steht? Das ist tatsächlich eine Frage an euch. Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Das wäre egal für welche Seite. Ja, genau, auf der rechten Seite haben wir hier Stufen. Und das wäre im Prinzip, einmal kann man ganz unten stehen, auf der ersten Stufe könnte man stehen, auf der zweiten oder ganz oben, dann hätte man sozusagen das Plateau des Podests erreicht. Ja, das wäre dann die rechte Seite. Also ich könnte im Prinzip benennen, dass eine Person auf Stufe 1 oder an Stelle 1, 2, 3, 4 steht, wenn ich die so durchnummerieren würde, könnte ich genau sagen, wo die Person ist, weil, sagen wir mal, dazwischen, an so einem Steilhang, da können wir nicht so gut stehen. Wir sind ja keine Ameisen, wir müssten uns eine dieser Stufen aussuchen. Wie ist das auf der linken Seite dann? Theoretisch jetzt, wenn das jetzt mal kein rutschiger Untergrund wäre, wo wir ständig runterrutschen, sondern wir könnten da ganz gut stehen auf der linken Seite. Was ist da der Fall? Wie kann ich das beschreiben und theoretisch beschreiben und was ist der Unterschied dann an der Stelle? Auf der linken Seite habe ich keine Stufen. Auf der linken Seite habe ich eine, ja, eine gerade, einen geraden Anstieg. Wo ich im Prinzip an jeder Stelle stehen könnte. Ich könnte 2 cm vom Boden weg sein, dort stehen. Ich könnte aber auch 30 cm, 1 m, 1,10 m oder auch jeden beliebigen Wert, bis ich eben oben bin. An jedem beliebigen Wert dieser Gerade könnte ich theoretisch stehen. Also das ist keine, da gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, er ist auf Stufe 3 angekommen. Man könnte jederzeit genau benennen und einen Wert zwischen, sag ich mal, 0 und der Höhe oder der Länge dieser Graden hier nennen. Das ist der Unterschied tatsächlich zwischen der analogen und der digitalen Welt im Wesentlichen. Also was jetzt was ist, müssen wir noch rausfinden. Also wenn wir auf der rechten Seite sagen, es gibt nur vier Levels oder vier Möglichkeiten, wo wir stehen können. Und auf der linken Seite, jeder Wert ist möglich. Jedes Level ist möglich. Wir können an jeder beliebigen Höhe stehen. Was meint ihr, was davon ist wohl digital und was ist analog? Und vielleicht fangen wir erst mal an, welche anderen Begriffe habt ihr vielleicht mal kennengelernt für diese Unterscheidung? Denkt mal an, ich weiß nicht, ob ihr, hattet ihr im ersten Semester Statistik? Da habt ihr bestimmt so einen Begriff kennengelernt, wie man unterschiedliche Variabentypen unterscheiden kann. Würde ich jetzt mal vermuten, zumindest gehört das aus meiner Sicht da rein. Wie würdet ihr das nennen, was ihr links und rechts seht, wenn wir das als Variable beschreiben müssen in der Statistik? Wenn wir aus einer Menge von Werten einen auswählen, dann nennen wir das in der Statistik auch eine diskrete Variable. Wir können also im Prinzip, keine Ahnung, wenn man fragt, welchen Fußballverein magst du am liebsten? Und dann können die Antworten aus der Menge der Fußballvereine stammen. Sagen wir mal in der Bundesliga 18 Stück, dann sind das 18 diskrete Werte, aus denen ich wählen kann. Oder eben hier vier verschiedene Stufen, aus denen ich wählen kann. Also eine diskrete Variable nimmt nur eine feste Anzahl von Möglichkeiten, kann nur eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten annehmen. Während eine stetige Variable oder auch kontinuierliche Variable jeden beliebigen Wert einer Zahl annehmen kann. Also zum Beispiel, wenn ich die Temperatur messe und beliebig genau messen kann, dann könnte die Temperatur 23,1 Grad sein. Die könnte aber auch ein 23,15 Grad sein oder noch genauer 23,157 Grad. Und ich kann theoretisch beliebig genau, wenn ich Messgeräte hätte, das zu messen, beliebig genau werden. Und es gibt keine diskrete Anzahl von möglichen Werten, sondern es gibt ein Kontinuum von dem kältesten Wert bis zum heißesten Wert. Und alles dazwischen ist möglich. Das ist hier genau das Gleiche. Jedes Level ist möglich. Ich kann also überall stehen. Ich kann jeden beliebigen Wert noch so genau angeben. Das ist der Unterschied zwischen stetig und diskret. Und wir sagen im Englischen continuous and discrete. Und jetzt die Frage, was davon ist dann digital und was ist analog? Weil darum geht es ja hier. Wir sind ja nicht in der Statistikvorlesung. Aber die Analogie passt sehr gut. Also was ist digital und was ist analog? Welche Seite? Naja, wir haben ja kennengelernt, dass wir im Digitalen, wenn wir mit Binärsystemen arbeiten oder auch mit Zahlen immer, auch eine gewisse Anzahl von Möglichkeiten haben, die wir irgendwie kodieren. Also wir haben kennengelernt, im ASCII-Zeichensatz mit 256 Characters, die wir haben. Wir haben kennengelernt, dass wir, wenn wir Audiosignale digitalisieren, dass wir eine feste Anzahl Samples nehmen müssen und uns entscheiden müssen, wie viele Bits wir reservieren für jedes Sample. Das heißt, wir haben eine feste, diskrete Anzahl an Möglichkeiten, für die wir uns letztlich entscheiden müssen, wenn wir etwas digital abbilden. Das ist dann eben der rechte Teil. Das Digitale ist diskret. In dieser Analogie wäre hier also rechts, das wäre das Digitale und links das Analoge dann eben. Weil in der analogen Welt gibt es diese Unterscheidung nicht zwangsweise. Die Signale und die Dinge, die wir in der analogen Welt sehen, sind typischerweise kontinuierlich. Also das fängt an bei Ton. Wenn ich spreche, da ist nichts digital, sondern das ist alles in dem Fall über Schallwellen kontinuierlich im Raum übertragen. Und ich kann im Prinzip nicht sagen, es gibt diese feste Anzahl an Werte, die an eurem Ohr ankommen. Das ist eine kontinuierliche Welle, die auch kontinuierliche Werte annimmt. Das Gleiche gilt für Licht. Das ist letztlich ein Spektrum, auch Wellen mit bestimmten Frequenzen, die wir wahrnehmen, elektromagnetisch. Und das ist letztlich eine analoge Welt, in der wir keine diskreten, fest vorgegebenen Räume haben, aus denen wir auswählen können, sondern da ist jeder Wert möglich. Bei Energie, bei allen Messgrößen, die wir so in der Welt finden, ist das der Fall. Und wenn wir etwas digitalisieren wollen, dann müssen wir im Prinzip aus dieser analogen Form zu einer diskreten oder digitalen Form kommen. Und die Frage, wie wir das machen, die wollen wir heute adressieren. Wir können uns noch ein weiteres Beispiel angucken, was das vielleicht noch ein bisschen verdeutlicht, was jetzt der Unterschied zwischen analog und digital ist. Ich habe mir mal zwei Bilder rausgesucht. Ich habe selbst weder den linken noch den rechten zu Hause, aber die kann man vielleicht ganz gut erkennen und man weiß, was das ist. Das sind Wecker und ein Wecker auf der linken Seite ein analoger Wecker und auf der rechten Seite ein digitaler. Auch wenn man mit digitalen Weckern heute eher so ein LCD-Display in Verbindung bringt, vielleicht das leuchtet und blinkt, ist das nicht zwangsweise der Fall. Es ist auch das, was wir auf der rechten Seite sehen, digital. Das sind jetzt hier keine elektronischen Displays, sondern das ist tatsächlich so ähnlich wie so eine Anzeigetafel, die immer weiter flippt, um eine andere Zahl anzuzeigen. Und dennoch ist es digital. Und auf der linken Seite sehen wir auch keine Wellenlängen oder Licht oder Ton, sondern wir sehen Zeiger, die eine bestimmte Uhrzeit anzeigen. Und dennoch ist es analog. Weiß jemand, warum jetzt der rechte Wecker digital ist mit der Argumentation, die wir eben gesagt hatten? Was bedeutet digital? Diskret, bestimmte Menge an Werten, aus denen wir wählen können. Warum ist der rechte Wecker dann digital, auch wenn er jetzt gar nichts mit Elektronik so richtig zu tun hat? Genau, wir sehen also, wenn er umschaltet, da würde er jetzt wirklich irgendwie so, der würde sich weiterdrehen oder umklappen. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert, aber im Prinzip dreht er sich irgendwann um eine Minute weiter. Und wir sehen nicht die Sekunden zum Beispiel oder die Millisekunden, sondern man kann immer nur die Minute ablesen. Also nach einer Minute springt er weiter und dann wartet er wieder eine Minute und springt weiter. Also wir haben also diskret oder digitale Werte, die im Prinzip im diskreten Raum existieren nur. Auf der linken Seite ist es anders, da haben wir tatsächlich eine analoge Uhr, das kennt man auch von Armbanduhren. Meine ist tatsächlich digital in dem Sinne, wie wir es heute eigentlich auch meinen, mit einem digitalen Display. Vielleicht hat aber der eine oder andere von euch auch noch eine analoge Uhr, entweder mit einer Batterie oder zum Aufziehen oder eine, die sich automatisch aufzieht. Und wenn ihr da mal reinguckt, gibt es oft so Uhren, wo man von hinten sieht, wie so eine Uhr funktioniert. So eine analoge und wie funktioniert eine analoge Uhr? Was sehen wir da, wenn wir sie aufmachen? Ja. Genau, das Uhrenwerk und woraus besteht das größtenteils? Genau, also und zumindest die Uhr, die ich hatte, sind auch kleine Zahnräder drin vorhanden, die den Zeiger bewegen. Das sind letztlich Dinge, die so ein Zahnrad, kann man sich gut vorstellen, kann im Prinzip, wenn ich so ein Rad vorstelle, hat keine diskrete Werte, sondern ein Set an Werten, sondern die kann ich in jedem beliebigen Winkel, in jeder beliebigen Position bewegen. Und eine analoge Uhr bewegt den Zeiger dann eben auch in der Form fort, dass es kontinuierlich immer ein Stück weiter geht und nicht in diskreten Werten. Auch wenn manche analoge Uhren so einen Sekundenzeiger zwar diskret darstellen, das Uhrwerk an sich ist aber analog, hat keine diskreten Werte dahinter, sondern es ist im Prinzip jeder Wert auf so einem, ich kenne mich jetzt mit Uhren nicht so genau aus, aber ich weiß, wie so ein Zahnrad funktioniert, weil so ein Uhrwerk hat viele Zahnräder, und da ist im Prinzip kein fester Wert, aus dem ich wählen muss, sondern es kann jeder Wert sein, an dem sich das Zahnrad gerade befindet an der Position. Und das kann man übertragen auf den Zeiger. Der kann im Prinzip, wenn man sich vorstellt, dass er kontinuierlich sich bewegt und nicht springt, dann ist der kontinuierlich von der Stunde zwölf bis zur Stunde zwölf einmal rum auf jeder Position gewesen. Deswegen analoge und digitale Uhren, das ist der Unterschied, aber sie müssen nicht zwangsweise elektronisch sein, das ist gar nicht unbedingt notwendig. Ja, was ist Digitalisierung? Im Englischen Digitization. Übrigens gibt es im Deutschen da nur den einen Begriff Digitalisierung, während es im Englischen Digitization und Digitalization tatsächlich als zwei Begriffe gibt. Und wir sprechen hier über Digitization. Digitalization ist sehr nah damit verwandt. Wir werden nachher am Ende auch noch darüber sprechen, was jetzt der Unterschied ist. Aber im Deutschen gibt es Digitalisierung und das meint immer beides. Genauer würden wir es unterscheiden als Digitalisierung. Und digitale Transformation ist das, was wir eigentlich mit Digitalization meinen im Englischen. Also wenn wir über Digitalisierung sprechen und heute darüber sprechen, meinen wir Digitization. Und was ist das? Digitization ist also the representation of an object, image, sound, document or signal, ganz allgemein, by generating a series of numbers that describe a discrete set of its points or samples. Sehr lange, aber der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass wir hier eine series of numbers, also eine Serie von Zahlen, eine Abfolge von Zahlen brauchen, die das analoge Signal beschreiben. Und zwar ein diskretes Set, also eine diskrete Menge an Punkten oder Samples. Das ist ja das, was wir auch gesehen haben bei Audio. Sample Rate, wir nehmen Samples. Bei Bildern, wir nehmen bestimmte Pixel, die wir aufzeichnen. Das ist das, was hier gemeint ist. Und wir müssen überlegen, wie kriegen wir jetzt das analoge Signal in ein digitales, indem wir überlegen, welche und wie viele Samples wir nehmen. Und wie wir das tun. Und wie wir die dann nachher abspeichern. Das ist ja das, worüber wir schon gesprochen haben. Und bei der Überführung von Signalen, gerade wenn wir über analoge Signale, wie zum Beispiel Licht, Ton, aber auch Temperatur, ich habe hier mal einen Sensor dabei, den wollte ich gleich mal kurz an der Stelle zeigen. Den kann ich hier schon mal auflegen. Den haben wir nämlich gestern benutzt. Und ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber... Das hier, der ist jetzt im Fokus, das hier ist ein Temperatursensor. Der macht letztlich auch eine Überführung eines analogen Signals in ein digitales Signal. Und da spielt der sogenannte Analog-to-Digital-Converter eine große Rolle. Der spielt aber auch in Digitalkameras eine Rolle. Der spielt in allen Bereichen, wo wir also analoge Signale in ein digitales überführen, eine Rolle. Weil der letztlich die Aufgabe übernimmt, ein gemessenes Signal, und wir werden gleich sehen, was wir damit meinen, aus der analogen Welt in eine digitale Repräsentation aus Nullen und Einsen zu überführen. Und das gibt es natürlich auch umgekehrt. Es gibt auch einen Digital-to-Analog-Converter. Und der wird dann zum Beispiel wieder verwendet, um digitale Signale wieder in die analoge Welt zu überführen. Zum Beispiel bei Lautsprechern. Also wenn ich einen Lautsprecher habe und ich möchte Musik abspielen, dann muss ich ja aus der digitalen Repräsentation meiner Musik wieder in eine analoge Welt das Ganze überführen. Weil letztlich der Lautsprecher macht ja Musik und die Musik ist ja im analogen Raum, also in der Luft in diesem Sinne. Musik liegt in der Luft. Das ist dann der umgekehrte Weg und das gibt es natürlich auch. Wir gucken jetzt erstmal auf den Analog-to-Digital, weil uns interessiert eher die Digitalisierung an der Stelle. Weil wir werden gleich sehen, dass der Digital-to-Analog-Converter dort auch beteiligt ist. Zumindest in einer Form des Analog-to-Digital-Converter ist das der Fall. Genau, und in diesem Sensor hier, das ist ein Temperatur- und Luftfeuchtesensor, der misst, werden wir gleich noch ein bisschen genauer darüber sprechen, über irgendein Proxy, typischerweise ein Signal aus der analogen Welt. Und weiß jemand so zufällig, wie zum Beispiel so ein Thermometer das macht? Wie misst so ein Thermometer die Temperatur? Also gibt es verschiedene, muss man dazu sagen. Es gibt jetzt nicht nur eine Möglichkeit, aber so generell gesagt. Also so ein Thermometer misst die Temperatur, indem es ein, wie gesagt, Proxy, Proxy ist letztlich ein Stellvertreter für irgendwas. Und der Stellvertreter hier ist zum Beispiel in diesem Thermometer ein Leiter, ein Metall, der unterschiedliche Eigenschaften hat bei unterschiedlichen Temperaturen. Also man weiß, dass wenn es heißer wird, dann ändert sich der Widerstand zum Beispiel von diesem Leiter. Und wenn man das weiß und man lässt dort einen kleinen Strom durchfließen, dann kann man ja den Strom am Ende messen und anhand des Widerstands, den man feststellt, einfach aus der Differenz, kann man dann ableiten, wie die Temperatur gerade ist. Man könnte sozusagen diesen Proxy, wenn man weiß, bei der Temperatur X hat er diesen Widerstand, bei der Temperatur Y hat er diesen und dazwischen skaliert er es linear. Dann kann man im Prinzip daraus ableiten, wenn man den Widerstand misst, wie viel, wie die Temperatur gerade ist. Ganz einfach gesagt. Das wäre eine Art des Proxys, in dem man ein Metall findet, wo man diese Eigenschaften kennt. Und das ist dann letztlich eine Spannung, die gemessen wird in diesem Sensor. Und je nachdem, wie die Spannung gerade ist, kann ich daraus ableiten, wie die Temperatur ist, wenn ich weiß, dass der Widerstand sich bei bestimmten Temperaturen anders verhält. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich so eine Spannung in ein digitales Signal umwandeln? Weil eine Spannung ist ja letztlich genauso wie die Kurven, die wir bisher gesehen haben, sehr kontinuierlich. Ich kann eine Spannung in Volt, werden dir angegeben, in jeder beliebigen Feinheit angeben. Da gibt es ja keine diskreten Werte, sondern es ist eine kontinuierliche Messgröße. Und die Frage, wie kriege ich daraus jetzt eine digitale Repräsentation? Darum geht es jetzt bei dem Analog-to-Digital-Converter. Und der Ablauf grundsätzlich ist immer gleich. Das Erste, was wir machen, ist das sogenannte Sampling. Das Sampling beantwortet praktisch die Frage, wie oft messen wir und was messen wir eigentlich? Beim Temperatursensor hier zum Beispiel messen wir in bestimmten Zeitabständen die Spannung, die wir gerade messen, also die Voltage. Wenn wir sagen, wir machen das über den Proxy dieses Leiters, der bei unterschiedlichen Temperaturen sich unterschiedlich verhält, dann messen wir einfach in bestimmten Abständen die Spannung. Und wie häufig wir das machen, das hängt ein bisschen davon ab, wie genau wir den Wert brauchen, wie schnell wir den aktuellen Wert brauchen. Bei Ton ist das Sampling dann eben, wir messen in bestimmten Intervallen immer ein Sample. Und die Frage, wie viele brauchen wir, ist letztlich, wie gut soll die Qualität des digitalen Signals, des digitalen Musikstücks dann sein? Und bei Pixeln, bei Kameras ist es dann eben, wie viele Pixel hat mein Sensor? Also wie viele Messpunkte kann er auf einmal erfassen und die er dann mit Farben letztlich belegt? Also Measuring of the Analog Signal, das ist eine Sache, da brauchen wir irgendeine Möglichkeit, wie gesagt, wie wir jetzt das analoge Signal messen. Und häufig geschieht das über ein Proxy, wie zum Beispiel so ein Leiter, der einen bestimmten Widerstand hat, oder eben andere Dinge, die dann zum Beispiel Luftdruck aufnehmen können. Also ein Mikrofon hat dafür entsprechende Vorrichtungen, dass man das messen kann. Und letztlich wird das überführt in eine elektrische Spannung häufig. Und letztlich kommt am Ende erstmal eine Spannung raus bei dem Messprozess, Sampling, und diese Spannung, Entschuldigung, die wollen wir dann im Prinzip über den Quantization, der zweite Schritt, in eine diskrete Form aus Null und Einsen bringen. Und die Quantization beschreibt letztlich, wie viel, also erstmal müssen wir festlegen, wie viele Bits reservieren wir und in welche Klasse dieser diskreten Werte, die wir dann durch die Anzahl der Bits festlegen, fällt dieses Signal. Wir haben eben gesagt, bei Farben zum Beispiel, wenn wir ein Byte, also acht Bits reservieren für die Quantization, dann wäre unser möglicher Raum, auf dem wir eine Farbe aus der analogen Welt, also eine analoge Farbfrequenz messen können und auf die wir sie dann digital mappen können, bei 256 begrenzt. Bei einem Byte sind wir bei 256. Das heißt, wir müssen entscheiden, Farbe XY, die wir gerade messen, ein analoger, kontinuierlicher Wert, auf welche dieser 256 Farben mappen wir sie. Wenn wir mehr haben, 65.000 oder gar 16 Millionen, dann haben wir natürlich mehr Auswahl und können das genauer abbilden. Beim Ton ist es genauso. Wenn ich Ton messe und ich habe nur acht Bits zur Verfügung, dann habe ich nur 256 unterschiedliche Amplituden, die ich abbilden kann. Bei 16 Bits sind es 65.000. So ist dann mehr natürlich häufig besser. Aber irgendwo haben wir auch, dann gibt es eine Grenze, die wir eigentlich gar nicht mehr unterscheiden können und da können wir dann auch sagen, es reicht. Das ist Quantization, also die Frage, wie viele Bits und wie mappen wir die Werte auf die Bits. Und am Ende encoden wir das Ganze dann eben, dass wir dann letztlich sagen, in welchem Coding-Format speichern wir das Ganze, das wir da gemessen haben und wie wollen wir das letztlich dann im Computer abbilden. Das ist dann der letzte Schritt. Da haben wir aber schon letztlich ein digitales Signal, das wir dann nochmal in ein anderes Codesystem möglicherweise überführen wollen. Genau, das wären die Schritte und wir gucken jetzt mal, wie dieser Schritt zwischen dem, wie letztlich die Überführung dieses gemessenen Signals, was wir jetzt letztlich gesagt haben, wahrscheinlich häufig eine Spannung ist, irgendein elektrisches Signal, also sowohl Kameras, werden wir gleich sehen, die Sensoren von Kameras messen Licht und erzeugen letztlich elektrische Spannungen an ihren Messpunkten, die wir dann überführen können, aber auch jeder benimmige Sensor tut das. Beim Mikrofon ist es genauso, also immer dann, wenn wir die analoge Welt messen, erzeugen wir eigentlich in den Sensoren hinten raus eine Spannung, die wir dann überführen wollen in eine 0 und 1 Repräsentation. Und wie das funktioniert, wollen wir uns jetzt einmal schäbenhaft angucken. Das ist mal so ein Beispiel für so einen Analog Digital Converter, wie er aussehen könnte, schematisch vereinfacht und auch etwas weniger, also es ist ein einfacher, sage ich mal, ein einfacher Converter, der nicht so eine hohe Auflösung schafft. Das werden wir gleich sehen. In Wirklichkeit hat er ein paar mehr von diesen Lines und ein paar mehr Teile, aber vom Grundprinzip funktioniert er so, wie wir es jetzt sehen. Und der bekommt auf der linken Seite eine Spannung, ein Input-Signal. Das ist im Prinzip hier, stellt euch vor, da liegt jetzt eine gemessene Spannung an, zum Beispiel die Spannung, die unser Temperatursensor hier gerade ermittelt hat, die gerade in dem aktuellen Temperaturszenario durch den Widerstand in dem Leiter erzeugt wurde. Also da kommt jetzt eine Spannung an und wir wollen jetzt diese Spannung in ein digitales Format überführen, dass wir dann anschließend im Computer weiter verarbeiten können. Wie könnte das funktionieren? Und die Idee bei diesem Analog-to-Digital-Converter, die ist relativ einfach. Sie beruht darauf, dass wir im Prinzip auf der rechten Seite den Digital-Analog-Converter als Gegenstück haben in diesem Fall. Es gibt aber auch unterschiedliche Typen von diesen Convertern. Wir haben jetzt einen, der sozusagen mit diesem Digital-Analog-Converter-Pondant arbeitet. Wie der funktioniert, können wir nachher nochmal kurz an dem Beispiel auch zeichnen. Der macht aber genau das Gegenteil. Der bekommt letztlich Bits, und das seht ihr hier, Line 1 bis 4, das sind jetzt im Prinzip Bits oder Spannungen an oder aus. Wir haben ja gesagt, Computer arbeiten mit Spannungen an oder aus. Wir lernen nachher noch kennen, Transistoren in Computern sind Schalter, die entweder an oder aus sind. Spannung fließt oder nicht, Strom fließt oder nicht. Hier ist es auch so, die kann man interpretieren wie kleine Kabel, wo wir sagen, okay, an dieser hier fließt gerade Strom und an denen hier überall fließt gerade kein Strom, weil überall Null steht. Aber gleich werden wir sehen, irgendwann fließt hier auch mal Strom und das ist sozusagen der Input in den Digital-Analog-Converter. Das sind also vier Bits, die dieser Converter hier oben in eine Spannung wieder umwandelt, also in ein analoges Signal. Der macht also genau das Umgekehrte. Und wie das funktioniert, ganz kurz gesagt, im Prinzip auch über Widerstände. Über diese Bits werden bestimmte Stellen, das sind dann Schalter, an- oder ausgeschaltet und hinter diesen Schaltern liegen Widerstände und wenn ein Widerstand mit einem Bit 1 sozusagen angeschaltet wird, dann führt das dazu, dass die Spannung, die hinten rauskommt, kleiner wird. Wenn er ausgeschaltet wird, wird sie größer. Und die Widerstände sind unterschiedlich, je nachdem der Wertigkeit dieser Bits. Das Most Significant und Least Significant haben unterschiedliche Widerstände und so kann ich dann über das An- und Ausschalten der Widerstände in dem Kreislauf hinten raus das Signal, was rauskommt, verändern. Das nur ganz kurz. Das steht aber bei uns nicht im Fokus, aber wenn ihr euch fragt, wie das funktioniert, relativ einfach, auch mit Widerständen. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt an der rechten Seite, sagen wir mal, einen Messwert reingeben und sagen wir mal, da kommen jetzt 5 Volt Spannung an. 5 Volt, die wollen wir überführen in ein digitales Signal. Also hier unten soll dann nachher eine entsprechende digitale Repräsentation aus 0 und 1 rauskommen. Und das kann jetzt eine Kamera sein, das kann ein Mikrofon sein, das kann ein Temperatursensor sein, das kann eine Waage sein, das kann ein Lichtsensor sein, das kann alles sein, was letztlich irgendwas aus der Welt, analog und Welt misst und versucht, das in eine digitale Form zu bringen. Was passiert dann? Wir würden jetzt im Prinzip im ersten Schritt in diesem sogenannten Comparator Register, das ist eigentlich ein Vergleichsregister auf Deutsch, der vergleicht gleich immer die Werte, die sozusagen aus dem, aus dieser, von hier kommen, mit dem Wert von hier und basierend auf dem Vergleich macht es etwas und zwar wird es dann ein Signal erzeugen. Wir sehen das jetzt, im ersten Schritt würde er Line 1, das ist jetzt hier das erste Bit einfach mal anschalten und was passiert, wenn wir jetzt das obere Bit anschalten? Es wird eine Spannung erzeugt, weil der digital-analog-Converter ja genau diesen anderen Weg macht. Er bekommt also Bits, in dem Fall 1, 0, 0, 0 und soll daraus eine Spannung erzeugen. Und wenn wir jetzt diese Bits interpretieren als Zahlen, dann haben wir ja gelernt, dass bei 4 Bits das höchste Bit und das wäre jetzt hier das oberste für die Zahl 8 steht. Und wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, vielleicht hier, dann können wir diese Bits, die wir hier sehen, so interpretieren, dass das die 2 hoch 3 ist, 2 hoch 2, 2 hoch 1, 2 hoch 0 und dann war das hier die 1, 2, 4 und 8. Und wenn wir jetzt nur Line 1 aktivieren, also wir lassen hier, wir lassen jetzt hier der Comparator Register aktiviert, Line 1 und lässt also hier Strom fließen und hier nicht, heißt diese Bits sind aus, diese sind an, dann kann man das als 8 interpretieren und in dem Digital Analog-Converter macht er jetzt letztlich den höchsten Widerstand oder umgekehrt den niedrigsten Widerstand an und die höchsten sind alle aus und was passiert dann, es wird ein Strom erzeugt, in dem Fall eben von 8 Volt. Das wäre jetzt das, was der Digital Analog-Converter macht. Wenn er einen Bit, der hat jetzt 4 Bit, typischerweise haben die mehr Bits, also mindestens ein Byte, aber mit 4 Bit ist es leichter zu zeichnen, dann ist das höchste Bit eben die Zahl 8 und das erzeugt dann eben 8 Volt Spannung an dieser Stelle in diesem Beispiel. Was macht jetzt der Comparator Register? Der vergleicht diese beiden Werte und basierend auf dem Vergleich, was da rauskommt, macht er entweder eine 0 oder eine 1 und es muss letztlich, es wird die Frage gestellt, ist die Input Spannung, die er erhalten hat auf der linken Seite, größer als die Referenz Spannung, die aus dem Digital Analog-Converter kommt oder gleich. Und wenn das der Fall ist, dann kommt hier unten eine 1 und wenn das nicht der Fall ist, dann eine 0. Und 5 ist also nicht größer oder gleich 8, deswegen ist der erste Output eine 0. Zweiten Schritt, genau, und die Line 1 deaktiviert, weil wir da eine 0 haben. Also hier wird im Prinzip festgehalten, welche gerade sozusagen hier einen positiven Outcome hatten und da es hier 0 war und hier eine 0 sozusagen im Output steht, wird hier auch die Line wieder deaktiviert. Als nächstes wird die zweite Line aktiviert und das gleiche Verfahren nochmal angewandt. Jetzt haben wir also 0, 1, 0, 0. Das ist binär die 4. Wenn wir das wieder auf unser Schema anwenden, steht bei der 4 eine 1 und bei allen anderen eine 0. Ist also eine 4. Der Digital Analog-Converter erzeugt also welches Signal? Was macht der Rechte jetzt? Analog zu dem, was er vorher gemacht hat. Erzeugt der welche Spannung? Ja. Erzeugt jetzt 4 Volt. Der macht ja im Prinzip genau das. Der kriegt also eine Anzahl Bits und erzeugt eine entsprechende Volt-Spannung. Das ist, was das Ding macht. Und dann haben wir also jetzt als Referenz 4 Volt und wir haben auf der linken Seite 5. Das heißt, wir vergleichen 5 ist größer gleich 4. Ja, das ist der Fall. Also kommt jetzt eine 1 raus. Das ist das nächste Bit. Das sehen wir jetzt hier. Die 1 wird erzeugt und wandert als nächstes da unten hin. Das heißt, hier unten steht jetzt 0 als erstes und 1 als zweites, was jetzt sozusagen von dem Analog-to-Digital-Converter erzeugt wurde. Jetzt sehen wir, die Line 2 bleibt aktiv, weil sie hier eine 1 hatte. Das bleibt also so. Die will weiterhin aktiviert sein und wir aktivieren Line 3 im dritten Schritt. Das geht von oben nach unten durch und gucken jetzt, was kommt da raus. Das ist die 6. Die 6, weil wir hier 4 plus 2 und alle anderen sind 0 ergibt 6. Der Digital-to-Analog-Converter macht also wieder eine Spannung von 6 Volt in diesem Fall und dann vergleicht er wieder. Ist 5 größer gleich 6? Nope. 5 ist nicht größer gleich 6, also erzeugen wir eine 0. Kommt also unten als nächstes eine 0 und Line 3 wird also entsprechend deaktiviert wieder. Es wird also nicht hier gemerkt, im Prinzip, was wir bisher an Entscheidungen getroffen haben. Und als letztes aktivieren wir dann die letzte Line 4 in diesem Fall. Wenn er 8 hätte, würde es dann weitergehen bis zu Line 8. und Line 4 wird aktiviert und die Zahl, die daraus kommt, ist also 0101, ist also 4 plus 1, macht 5, also erzeugt er eine Spannung von 5 Volt und die ist größer gleich 5, ja, weil das gleich noch mit inkludiert ist, also erzeugen wir eine 1 und das wäre dann das Ergebnis unserer Konvertierung von analog nach digital. 5 Volt wird überführt in die Abfolge 0101, und das ist natürlich in dem Fall rückwärts, also das Erste wäre das Most Significant Bit, das würde für die 8 stehen, 4, 2, 1 und so würde man dann über die Leitung praktisch, die hinten an dem Konvert herauskommt, eine Abfolge von 0101, also Spannung aus, Spannung an, Spannung aus, Spannung aus, in diesem Fall für die 5 bekommen, weil das die 5 repräsentiert. Würden wir hier oben Spannung von 4 Volt reingeben, könnte man das Ganze durchspielen, würde am Ende was rauskommen? Was würde bei 4 Volt oben als Input rauskommen? Also würde sich das hier natürlich ändern, was hier unten rauskommt? Ja, ja, 0100, weil das wäre die 8, die 4 wäre 1, alle anderen wären 0, wären schon die 4 Volt und so weiter. Man könnte das eben durchexerzieren. Und was ist der größte Wert, den jetzt unser Konverter hier erzeugen kann? Also welche Bandbreite an Bits könnten wir erzeugen? Ja, also wir haben vier Stück, letztlich also die Zahlen von 0 bis 15. Wir können also 16 verschiedene Werte erzeugen. Das heißt, unser Input-Signal kann nur, und da könnte ja auch 4,5 stehen oder 3,5, oder was, es wird immer verglichen mit der Referenzgröße und somit können wir dann auch nur eine bestimmte Anzahl von Ziel-Bits das Ganze überführen oder quantifizieren, wenn wir nur 4 Bits haben. Wenn wir mehr hätten, wird es entsprechend mehr und wenn wir eben weniger haben, entsprechend weniger, aber bei noch weniger würde es kaum noch Sinn ergeben. Genau, das einfach nur, damit man mal so eine Idee hat und mein Ziel ist es hier in dem Modul wirklich, dass man von allem so ein bisschen eine Grundidee bekommt, dass man nicht ganz, sagen wir mal, wenn man über Sensoren spricht zum Beispiel oder über Fotokameras, über alles, was wir eigentlich digitalisieren, dass man so ein bisschen eine Idee hat, was da eigentlich dahinter steckt vom Ablauf her. Wir wollen uns jetzt nicht genau mit der Physik dahinter beschäftigen, das wäre auch überhaupt nicht mein Fachgebiet, aber einfach, dass man eine Ahnung hat, okay, da kommt ein analoges Signal, was kommt eigentlich, am Ende kommt was digitalis raus und was muss da eigentlich passieren, sowas, ich habe den Namen vergessen, das ist eine Art von Converter, es gibt auch unterschiedliche, die das auch vom Ergebnis her genauso machen, aber vom Ablauf her etwas anders. Also es gibt unterschiedliche Verfahren, das ist eins, was eben, ja, existiert und auch viel verwendet wird. Die Frage, wenn wir also sagen, wir haben eine Spannung, die wir dann konvertieren, das haben wir jetzt gerade einmal gesehen, wie das funktioniert an einem Beispiel, wie kann ich eine Spannung, die jetzt gemessen wurde, konvertieren in 0 und 1, und dann wäre die Frage, was messen wir eigentlich bei verschiedenen Dingen, die wir hier digitalisieren, also was ist das Signal, was letztlich in eine Spannung überführt wird und das wollen wir uns mal an ein paar Beispielen verdeutlichen und wir gucken uns zunächst mal nochmal das Tonbeispiel an, weil wir das beim letzten Mal schon besprochen hatten. Ton, hat man ja gesagt, ist diese kontinuierliche Welle, die in der analogen Welt, wie gesagt, kontinuierlich ist und in der digitalen Welt mündet sie in einer Anzahl Samples mit einer bestimmten Bit-Tiefe, und die Frage, was wir hier eigentlich digitalisieren, ist eben genau diese kleinen Striche und ihre jeweiligen Ausprägungen in der Höhe beziehungsweise Tiefe, die können ja auch nach unten ausschlagen, also brauchen wir letztlich ein Spektrum, wo wir hier, wie viele Bits wir auch immer reservieren, dann eben so viele diskrete Werte haben, dass wir möglichst diese Signale genau erfassen. und wir haben eben gesagt, 16-Bit ist so der klassische Wert, bei dem wir eine sehr gute Qualität erreichen, der auch in den meisten Musikstücken, die wir so hören, gängig ist, das heißt, wir brauchen letztlich einen Converter, der 16-Bit hinten raus purzeln lässt, wenn wir ihm eine Spannung geben, die vom Mikrofon gemessen wurde. Also in so einem Mikrofon steckt dann auch so ein Analog Digital Converter, der dann diese Spannung, die gemessen wird über irgendeinen Proxy, über irgendein Verfahren, auf jeden Fall kommt eine Spannung hin raus, die wird dann in 16-Bits überführt an der Stelle. Wie ist das bei Bildern? Hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ob das jetzt eine Kamera ist in eurem Smartphone, ob das eine Kamera ist, die ihr eine Spiegelreflexkamera vielleicht habt oder auch eine ganz andere Kamera, wie zum Beispiel eine Thermalbildkamera, die habe ich hier mal mitgebracht, die arbeiten natürlich ein ganz bisschen anders, aber die hatten wir gestern auch im Einsatz, deswegen habe ich sie heute auch mal mitgebracht, wir können die gleich mal uns auch anschauen. Wie funktioniert das da? Wir hatten da kennengelernt, okay, es gibt in dem Bild Pixel und der entsprechende Sensor, der diese Bilder aufnimmt, ist ein Bildsensor, der hat eben genau diesen Aufbau, der hat also diese Matrix aus Pixeln oder aus Sensorelementen, Fotodioden sind das technisch, das ist also letztlich etwas, was Licht aufnehmen kann und daraus eine Spannung erzeugt. Also wenn ich auf so eine Fotodiode Licht projiziere, dann erzeugt sie eine Spannung und je nachdem, wie viel Licht das ist, ist die Spannung höher oder niedriger. Und da ich hier ganz viele Fotodioden habe, wir hatten ja gesagt, in der Digitalkamera kommt ein bisschen auf die Megapixelzahl drauf an, aber die Megapixelzahl gibt letztlich an, wie viele von diesen Fotodioden auf dem Sensor sind und dementsprechend, wie hoch die Auflösung eines Bildes sein kann. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Fotodiode kann letztlich Licht wahrnehmen und zwar die Helligkeit des Lichts in eine Spannung überführen, dann müsstet ihr wahrscheinlich erst mal stutzen und sagen, okay, wie funktioniert das denn dann mit Farben? Weil eigentlich, wenn die nur Licht hell oder dunkel kann, dann hätte ich nachher so ein Bild, wie manche Tiere das sehen. Die können nur hell und dunkel wahrnehmen und man sieht eigentlich keine Farben. Die Frage wäre jetzt, wie funktioniert das mit Farben? Und die Antwort liegt hier in einem Filter, den wir sozusagen auf diesen Sensor legen, also vor den Sensor legen, wo das Licht durchläuft und gefiltert wird. Und der Filter ist nicht zufällig aus diesen drei Farben, rot, grün und blau, bestehend, sondern das sind ja genau die drei Grundfarben bei der additiven Farbmischung oder im RGB-Code. und diese drei Farben, wenn ich einen Filter habe, wo jetzt praktisch das Licht durch muss, dann filtert jeder dieser Filter-Elemente, also dieses Grüne hier oben, filtert das grüne Licht raus beziehungsweise lässt das grüne Licht durch und das rote und das blaue und ich habe sozusagen jedes Pixel in meinem Sensor bekommt nur eine bestimmte eine bestimmte Frequenz, nämlich entweder rot, grün oder blau von dem Licht und misst dann die Helligkeit davon. Also jeder Pixel oder jedes Sensorelement, jede Fotodiode ist dann zuständig für ein dahinterliegendes oder für ein Kästchen in diesem Filter und letztlich die Intensität dieser Farbe zu messen, die dann durch diesen Filter durchkommt. Und jedes Kästchen lässt eben nur eine dieser Farben durch. Und so kann ich dann nachher auf Basis dieser Informationen, wenn ich weiß, wie der Filter aussah und wie die Lichtintensität nachher gemessen wurde, sagen, wie viel Grün, wie viel Rot und wie viel Blauanteil an dieser jeweiligen Stelle des Sensors eingefallen ist. Und das kann ich dann wieder überführen in ein Farbbild. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, das wäre jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt mal Licht, hypothetisch, das durch diesen Sensor, durch diesen Filter auf den Sensor gefallen ist. Und man sieht hier vielleicht, wenn man genau hinguckt, dass das hier schon sehr schemenhaft ist. Also hier sind scheinbar die ganzen roten Dioden sozusagen mit viel Licht oder hier ist viel rotes Licht. Grün und Blau sind eher sehr dunkel, also nicht viel draufgefallen. Hier dominiert Grün und Blau und Rot sind sehr dunkel. Und hier sieht man, dominiert Grün und Rot und Blau ist dunkel. Und hier unten ist eigentlich Blau sehr dominant und alle anderen Farben sind dunkel. Und das ist jetzt ein bisschen schematisch. Das würde wahrscheinlich nicht genau das Bild erzeugen, was wir jetzt gleich sehen. Aber im Prinzip funktioniert das so. Das Licht fällt durch den Filter. Es kommt weniger Licht an, dort wo eben Blau Filter ist und kein blaues Licht ist, aber dafür Grün. Also oben rechts zum Beispiel sehen wir, da ist mehr Grün, hier mehr Rot und so weiter. Und das Ergebnis könnte dann von einer Software, die dann diese Farbinformationen interpretiert und diese benachbarten Pixel, die wir letztlich auf dem Sensor haben, diese Informationen nimmt und daraus wieder ein Bild erstellt. Sagt also, okay, hier liegen Grün, Blau und Rote Pixel beieinander und da ist nur Rot, dann ist es wahrscheinlich hauptsächlich Rot. Naja, ein bisschen Blau, dann mischen wir das in Blau und Rot. Das ist letztlich, wenn man es sich anguckt, das ist die Farbe des Windows-Logos. Also wenn es hypothetisch das Windows-Logo fotografiert hätten, dann käme so etwas Ähnliches dabei raus. Und das nennt man dann die Mosaic Pixel Colors. Also das ist letztlich der Prozess, der anschließend, wenn diese Farbwerte durch den Filter gekommen sind, auf den Sensor fallen, wenn diese gemessen wurden und dann sozusagen die benachbarten Pixel wieder zu einem sinnvollen Bild zusammengesetzt werden. Und das wird dann kodiert im RGB. Das ist dann der Encoding-Part. Wir wollen daraus ja RGB-Code machen, weil wir letztlich das als Rohformat speichern. RGB 3 Byte und da kommt dann so eine Hexadezimalzahl raus zum Beispiel, die wir im RGB als Kurzschreibweise sehr gut nutzen können. Und da sieht man schon, okay, wenn das hier E06666 ist, jetzt kommt auch eine Frage aus der Prüfung. Da habt ihr auch mal so einen Code bekommen, also die vor euch. Und ihr solltet sagen, wo in dem Bild seht ihr diesen Farbwert? Nicht genau, aber ungefähr. Da war dann zum Beispiel so ein Papagei abgebildet, der hatte einen großen roten Rücken. Und wenn das ein roter Farbcode war, dann konnte man sofort sagen, der muss irgendwo da auf dem Rücken liegen. Und was ist jetzt hier? Woran könnte man es relativ schnell sehen? Was für eine Farbe das ist? Wie würde man das schnell rausfinden, wenn man den Hexadezimalcode sieht? So in die Richtung zumindest kann man relativ schnell eine Vermutung anstellen, welche Farbe das ungefähr sein müsste. Wie könnten wir das tun? Also wie würdet ihr so einen Farbcode, der jetzt nicht vor, hier steht ja, welche Farbe das ist, aber wenn ihr es nicht wüsstet, wie könntet ihr relativ schnell so einen Farbcode analysieren und sagen, okay, das ist eher blau, eher rot, eher grün oder gelb? Oder was ganz anderes? Ja. Genau, hier sieht man das. Das E0, wir wissen ja, jedes Zweierpärchen steht für einen Kanal oder für eine Farbe. Rot ist E0, 6,6 und 6,6 das ist jeweils grün und blau. Und das heißt E0, wir wissen ja, im Hexadezimal ist die zweite Ziffer 16 hoch 1 und die erste 16 hoch 0. Das heißt, diese hier ist deutlich wichtiger. Also E0, das ist ja 14 mal 16. Das ist ja fast schon 256. Das ist ja fast der maximale Wert, nicht ganz, aber fast. Das ist ja eine relativ große Zahl, nahe an 256. während 6,6 und 6,6 Hexadezimal eben auch 6,6 und 6,6 sind. Also es ist deutlich kleiner. 66 von 256. Das heißt, der ist sehr dominant. Das muss irgendein Rotton werden. Das kann man da sehen. Und entsprechend, hier ist es auch zu sehen, 6d ist tatsächlich nicht sehr groß, auch wenn das d da drin steht, aber das steht für die Einer. Das ist also d ist 13. Das ist also nur eine 13, während die 6 mal 16 für die größere Zahl. Also hier, die Zahl ist trotzdem im Vergleich zu e, e, b sehr klein. Also e, b ist der größte Wert hier. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Blauwert, kann man daraus auch ableiten. Die sind relativ klein, die Werte, also gar nicht so dominant. Also nicht klein, aber nicht so groß wie dieser Blauwert. Und hier sieht man es ganz deutlich. f, f ist also voll, rot ist voll an und d, 5 ist auch sehr hoch, während blau 0,0 ist. Und wenn wir wissen, additive Farbmischung, da gibt rot und grün gelb. Das heißt, das ist dann entsprechend eine gelb oder orange Farbe, also hier in dem Fall gelb, aber es ist im Prinzip diese beiden Komponenten. Und hier oben sieht man auch C4, C ist wieder das größere, das steht für die 16er Stelle und das für die Einer. Also C4 ist größer als 7D und 9,3 auf jeden Fall auch. Und das heißt, das ist dann hier dominant der Grünwert. Also das ist hier nicht so eindeutig. In der Prüfung würde das noch ein bisschen eindeutiger stehen. Da würde dann irgendwas stehen, von vielleicht auch mal Zahlen mit ganz kleinen Dezimalzahlen nur oder so. Also hier sind ja teilweise auch Buchstaben mit dabei. Wir wollen euch nicht verwirren in der Prüfung, sondern wir wollen eher gucken, ob ihr das verstanden habt, was der RGB-Code sagt und wie diese Hexadezimalzahl funktioniert. Von daher wird das ein bisschen eindeutiger noch sein, aber man kann es hier auch schon ganz gut ablehnen. Genau, das ist also der Gesamtprozess dann, wenn man so will, der Filter, da fällt das Licht drauf, dann haben wir also so ein gefiltertes Licht und daraus wird dann das Bild erzeugt durch einen Prozess, der dann letztlich softwareseitig abläuft, der diese Informationen wieder demosaikt, so nennt man das. Da gibt es dann Verfahren, die das machen und daraus wieder das richtige Bild erstellen. Texte oder Bücher, dafür steht das hier für Texte, wie digitalisieren wir die? Relativ einfach, wenn wir tippen. Wenn wir tippen, ist es relativ simpel. Wenn wir also auf der Tastatur eine Taste drücken, dann wird ein digitales Signal erzeugt. Das seht ihr in dem Buchbeitrag, den ich euch heute Morgen gezeigt habe, sehr schön, wie eine Tastatur funktioniert. Ich habe es hier einfach mal schematisch dargestellt. Da ist letztlich irgendwie so ein Chip, ein Integrated Circuit nennt man das auch integrierter Schaltkreis. Der hat Pins und sage mal, jede Taste ist verbunden mit diesem und wenn ihr eine Taste drückt, hier sind nur zwei tatsächlich, die irgendwie gezeigt werden, also die 1 und die 8. Da seht ihr jeweils Ausgänge zu diesem Integrated Circuit. Die sind jetzt verbunden, hypothetisch, mit irgendwelchen Pins. Aber letztlich, wenn ich eine Taste drücke, schließt sich ein Kreislauf. Also dadurch, dass ich die Taste drücke, kommen zwei Kontakte zusammen, die letztlich diese beiden Sachen miteinander verbinden und dazu führen, dass ich, wenn ich zum Beispiel die 1 drücke, dass dann der Stromkreislauf geschlossen wird und dieser Chip misst jetzt, dass an den beiden Pins was ankommt und überführt das in eine, in eine, in einem Signal aus 0 und 1 und in diesem Fall wäre das dann eben die 49. Hat jetzt nichts mit den Pins zu tun, die sind einfach zufällig, aber es kommt bei der, bei der 1 tatsächlich die 49 raus. Und warum? Weil das Ganze ein ASCII-Code ist, der hinten rauskommt und der ist eben in der ASCII-Code-Tabelle, wenn ihr das nachschlagt, ist die 1, die 49, seht sie mal und binär wäre das 0011, und das wird dann über das Kabel oder über Bluetooth, wie auch immer eure Tastatur oder integriert bei manchen, auch direkt an den Hauptprozessor geschickt, der dann letztlich mit diesem Code, das er von dieser Schnittstelle empfangen hat, interpretieren kann, ah, da hat jemand die Taste 1 gedrückt, was auch immer wir gerade damit machen, hängt dann davon ab, in welchem Kontext, in welcher Software das passiert ist, aber so funktioniert dann letztlich die Digitalisierung. Bei 8 wäre das dann, entsprechend würde dieser Kreislauf geschlossen und es entsteht ein Signal und jetzt, wenn ihr wisst, wie der ASCII-Code funktioniert, 1 war 49, was ist dann 8? 56. Ist das logisch? Ich habe es, glaube ich, nachgeschmackt, ja, ist logisch, ne? 1 und 7 plus, ja, plus 7, macht Sinn. 49 plus 7, 56. Ergibt die Byte-Folge oder Bit-Folge 001110000 und das ist wieder ASCII-Code, wie gesagt, der dann an die, über die Tastatur an den Rechner geschickt wird. Also wenn wir tippen, ist es relativ simpel, eigentlich sind wir da ja schon im Digitalen unterwegs, weil wir im Prinzip schon die Tasten drücken. Es gibt aber natürlich auch eine andere Möglichkeit, wie wir Texte digitalisieren, nämlich mit einem Scanner. Ja, wenn wir sie scannen oder mit dem Handy abfotografieren, gibt es ja mittlerweile auch Scanner-Apps für, da machen wir letztlich ein Bild und das hatten wir gerade gesehen, ein Bild, wie das funktioniert und wie funktioniert es dann, daraus wieder Texte zu machen, weiß das jemand? Ich habe eine App, die nennt sich Lens von Microsoft. Die kann ich kostenfrei nutzen, weil wir ja hier an der Hochschule auch Microsoft lizenziert haben, die ganzen Office-Apps und Lens ist eine davon. Wenn ich die nutze und da jetzt ein Dokument mit fotografiere, dann bekomme ich nicht nur das Dokument als PDF, sondern er erkennt auch den Text da drin. Ich kann nachher mit dem Text arbeiten und den kopieren, also ich kann den rauskopieren und so weiter. Das ist ja erstmal bei einem Bild nicht der Fall. Wenn ich ein Foto mache von euch oder von dem, was auf dem Pullover steht, kann ich ja nachher nicht Puma rauskopieren zum Beispiel, wenn jemand ein Puma-Shirt hätte. Also was passiert dazwischen noch? Weiß das jemand? Wir machen ein Bild, klar. Das ist der erste Schritt. Wir machen also ein Bild, wir fotografieren oder wir legen es auf den Scanner. Das macht letztlich das Gleiche, macht es ein bisschen anders. Da fährt so ein Licht, so eine Lichtstranke drüber und reflektiert dann jedes gemessene Lichtding auf eine Fotodiode wieder. Aber das ist letztlich ähnlich, wie wir es gerade gesehen haben. Wir machen also aus dem Analogen ein digitales Bild. Aber auch mit dem Bild muss noch was passieren, damit wir den Text drauf markieren können. Weiß das jemand, was das ist? Ansonsten kann man die Dokumente nicht durchsuchen. Man kann nichts rauskopieren und man kann da nichts mit machen. Es nennt sich OCA oder Optical Character Recognition. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gelesen oder gesehen. Das passiert bei den meisten Scannern heute automatisch. Es gibt aber auch welche, die das nicht machen. Dann habt ihr nachher ein gescanntes Dokument, wo man nichts markieren kann und kopieren kann. Aber das ist letztlich ein Softwareverfahren, was über das Bild geht und heutzutage mit letztlich KI, aber ich würde da nicht wirklich, das ist einfach ein maschinelles Lernverfahren, das hat gelernt, bestimmte Zeichen, also Buchstaben, Zahlen usw. aus Bildern zu erkennen und dann die entsprechend auch zu kodieren in dem Dokument, sodass im PDF dann auch die entsprechende Information vorliegt, dass diese Pixel jetzt das A repräsentieren und dann auch letztlich als A kopiert und verwendet werden können. Also Optical Character Recognition, OCA, wenn ihr den Text, den ich euch bereitgestellt habe, letzte Woche mal runterladet, und der ist mit OCA digitalisiert worden, also er wurde gescannt und dann Optical Character eigentlich drüber gelaufen lassen. Das sieht man manchmal, dass die Buchstaben, wenn man sie markiert, nicht ganz genau da, die Markierung ist nicht ganz genau da, wo die Buchstaben sind, manchmal ist das leicht verschoben, dann sieht man, dass es nicht nativ als PDF mal gespeichert worden ist, sondern es wurde eingescannt und funktioniert trotzdem. Thermometer hatten wir gerade schon drüber gesprochen, das ist mal ein Beispiel für einen Sensor, wir könnten auch einen Lichtsensor oder eine Waage oder was auch immer nehmen. Was misst der? Der misst letztlich hier, hatte ich eben schon gesagt, über einen Proxy, zum Beispiel elektrischen Widerstand, misst der ein Signal, also Volt, und die wird dann mit dem gerade vorgestellten Analog-to-Digital-Converter konvertiert in eine digitale Abfolge eben von Nullen und Einsen und das wäre dann beim Thermometer hier, wie gesagt, ein Leiter, der bekanntermaßen bei bestimmten Temperaturen unterschiedlich Widerstand hat und das können wir uns zunutze machen, um dann zu interpretieren, was hinten rauskommt, welche Temperatur das ist. Ja, das ist jetzt allgemein mal für Eingabegeräte, das ist mal so ein Gamepad, sieht ein bisschen aus wie aus dem 16-Bit-Nintendo Entertainment System NES, das haben wir hier auch mal abgebildet, wer hat so ein Ding schon mal in der Hand gehabt, die gibt es ja auch als Wiederauflage, retro, aber tatsächlich das Original, aus den 80er Jahren, war meine erste Spielekonsole, die ich hatte und immer noch habe, funktioniert auch immer noch, meine Kinder haben da auch schon wieder mitgespielt, das Ding ist relativ simpel, hat zwei, vier Knöpfe hat und ein Steuerkreuz ist in dem Sinne sehr einfach, in dem es im Prinzip so funktioniert wie eine Tastatur, wenn ich den Knopf drücke, wird ein Kreislauf geschlossen, das erzeugt ein Signal und das wird über das Kabel dann an die Spielekonsole geschickt, das sind im Prinzip auch nur Knöpfe in einem anderen Format, dass ich da leichter hoch und runter springen kann und so weiter, aber letztlich ist das an oder aus, also anders als bei den heutigen Switch oder Playstation-Controllern, wo ich ja durchaus unterschiedliche, ja ich kann entweder ganz nach links oder nur ein bisschen nach links oder ganz nach oben und so weiter und alle Winkel auf dem Kreis kann ich abbilden, hier ist es nur hoch, runter, links, rechts, an oder aus, relativ simpel und das geht über ganz normale, einfache Schaltkreise, die dann geschlossen werden. Genau, wie sieht das bei einer Maus aus? So eine hat wahrscheinlich von euch niemand mehr, eine Maus mit einem Ball drin, mit so einem Gummiball, aber vielleicht habt ihr das mal irgendwo gesehen, wer kennt die noch? Ich weiß gar nicht, kennt ihr alle noch? Okay, das ist noch gar nicht so lange, weg vom Fenster, aber diese sind tatsächlich ja mittlerweile nicht mehr der Standard, wir haben mittlerweile optische Mäuse, sehen wir gleich, die sind letztlich darauf basierend, dass hier drin der Ball sich dreht, wenn ich die Maus bewege, der hat so eine Gummi, so eine Gummioberfläche und wenn ich ihn über eine Oberfläche bewege, dann dreht er sich und in welche Richtung er sich dreht, beeinflusst dann dieses kleine Rädchen hier und dieses hier, es gibt es praktisch in zwei Achsen, vorne und hinten, links und rechts und das wird dann gemessen, wie viel Drehmoment wir da haben und das wird dann in eine Spannung übersetzt und letztlich dann in ein Signal übersetzt, in welche Richtung die Maus gerade bewegt wurde oder wird. Ja, die sind wie gesagt schon ein bisschen outdated, was wir heute haben, sind eher diese mit einem kleinen optischen Signal, oft mit so einem roten Licht, hat meiner auch hier übrigens, das seht ihr hier, die hat so ein rotes Licht, das dann über die Oberfläche läuft und dann erkennt, in welche Richtung ich die Maus bewege und das funktioniert, könnt ihr auch in dem Buch, was ich euch hier mal gut nachlesen, da ist es schön optisch dargestellt. Letztlich guckt ihr über diesen Lichtsensor nach kleinsten Unebenheiten auf eurer Oberfläche und erkennt dann, indem ihr die Bilder erhält, in hoher Frequenz, erkennt dann, wie die Unebenheiten sich bewegen und kann daraus ableiten, in welche Richtung ihr die Maus bewegt. Also theoretisch, wenn ihr eine perfekt glatte Oberfläche hättet, die ihr nie habt, dann würde so eine Maus nicht funktionieren, weil sie keine Unebenheiten erkennt, aber da wir überall immer Unebenheiten und kleine Staubkörnchen reicht schon oder minimale kleine Unebenheiten reicht, funktioniert das schon. Genau, und das wird dann wiederum in dem Fall dann eben direkt im digitalen Signal, in welche Richtung sich die Maus bewegt hat, überführt. Ja, jetzt haben wir viel über analoge Dinge gesprochen, die jetzt eher aus der physischen Welt in die digitale kommen. Jetzt wollen wir allgemein darüber sprechen, wenn wir über wirtschaftliche Dinge sprechen und Güter sprechen, was sind denn eigentlich Vorzüge von digitalen Formen von Gütern im Vergleich zu analogen und welche Güter könnten wir damit überhaupt meinen? Das wollen wir jetzt ganz kurz besprechen. Digital Goods und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, was sicher jeder kennt. Auf der linken Seite das analoge oder eine Möglichkeit der analogen Version und auf der rechten dann eben die Firma, die das Ganze digital anbietet. Da gibt es auch andere natürlich. Das ist, glaube ich, aber immer noch der Marktführer. Also was ist hier das Gut erstmal, um das es geht? Genau, ganz allgemein Musik und früher, sage ich mal oder auch heute noch, aber auch outdated eigentlich, haben wir das eben auf CDs oder DVDs oder auf irgendwelche früher auch auf Kassetten gebrannt und gespeichert und verkauft. Also konnte man in den Laden gehen und sich eine CD kaufen. Da hatte man nachher so ein schön großes Regal voller CDs, was viel Platz braucht. Aber das war eben der Weg und jetzt hat man heute häufig nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit CDs zu kaufen, sondern man streamt das praktisch aus dem Internet über eine App, über einen Rechner, wie auch immer und kann dann auch gleich auf viel mehr Musik zugreifen normalerweise, wenn man jetzt ein Abo hat und Spotify hat so ziemlich fast alles, was man so auch sonst im CD-Laden kauft. Also alle Artisten sind da eigentlich vertreten bis auf einige wenige sodass man das heute nicht mehr macht. Und was ist jetzt hier passiert? Die Musik wurde also digitalisiert. Man könnte ja sagen Halt, Stopp, aber CD haben wir ja gesagt, ist auch digital. Aber wir haben immer noch dieses analoge Medium dieser Plastikscheibe. Diese Plastikscheibe ist ja immer noch irgendwie ein analoges Medium, was wir in der Welt haben und es ist nicht komplett digitalisiert. Und wenn wir wirklich Musik komplett digitalisieren, existiert sie nur noch als Abfolge von Null und Einsen und egal in welcher Form und vor allen Dingen eben nicht mehr notwendigerweise auf CDs, die wir verkaufen, sondern kann übers Internet übertragen werden, Null und Einsen auf jeden Rechner kopiert werden und beliebig ausgetauscht werden. Und das ist passiert, nicht nur mit Musik, sondern wir werden gleich noch sehen, gibt es auch noch andere Beispiele. Und was ist jetzt der Vorteil davon? Also warum finden wir das so gut oder zumindest warum findet Spotify das so toll? Vielleicht nicht so sehr die großen CD-Labels, aber die Anbieter solcher Dienstleistungen digitaler Produkte, die machen sich ein paar Dinge zunutze, die wir bei digitalen Gütern sehen. Und was ist das? Also was hat das digitale Gut im Vergleich zur CD jetzt? Was ist da eigentlich der Unterschied? Es gibt mehrere Unterschiede natürlich, aber was würdet ihr sagen? Kosten und Spaß. Ja, also die Kosten. Können wir mal kurz über die CD sprechen. Also wenn ich eine CD verkaufe, muss ich ja die Plastikscheibe irgendwie herstellen. Das muss also eingebrannt werden. Ich muss die Hülle, Scraver und so weiter, das ist ja alles hier Teil einer CD. Das muss erstellt werden in der Fabrik irgendwo. Das muss irgendwo gemacht werden. Das kostet Geld, das kostet Material, das kostet letztlich auch Logistik, weil ich es dann auch transportieren muss. muss ja irgendwie in den CD laden und dann zu uns nach Hause. Also da sind Kosten mit verbunden. Das habe ich, wenn ich das vergleiche mit Spotify, was sind da die Kosten? Wofür bezahlen die? Was war das? Strom. Ja, die haben Stromkosten und Lizenzen. Ja, Lizenzen, genau. Okay, das könnte man sagen, wäre aber bei CD vielleicht auch, müsste man überlegen. Lizenzen ist nochmal so eine Sache, die hier natürlich auch eine Rolle spielt. Ja, und was noch? Also du hast recht, das ist hier anders als bei CD, gebe ich dir recht. Ja, wir brauchen irgendwie Hardware, ne? Die brauchen irgendwie Server, wo die ihre Musik drauf hosten und anbieten können. Also Strom und Rechnerkapazitäten letztlich und gut, Lizenzen natürlich noch. Also haben wir hier zwei unterschiedliche Kostenstrukturen und was ist jetzt der Unterschied oder was ist vielleicht noch ein Unterschied? Kosten, haben wir gerade gesagt und was ist, wenn wir die Sachen jetzt vervielfältigen wollen? Also ich hatte gerade schon gesagt, das muss produziert werden auf der linken Seite. Was muss Spotify eigentlich machen? Und was bedeutet das dann am Ende für das Angebot, was Spotify machen kann? Also was hat zum Beispiel so ein Mediamarkt oder Saturn, wenn er seine CDs verkauft, für ein Problem, wenn gerade das neueste Album von Taylor Swift rauskommt und alle wollen das haben? Ja? Die sind über den Ausverkauf. Also die müssen diese CDs da haben, wenn es auf CD jetzt verkauft wird und wenn die letzte verkauft würde, kann der nächste Kunde keins mehr kaufen. Das ist bei digitalen Produkten anders. Bei digitalen Produkten gibt es keinen Ausverkauf. Da kann ich im Prinzip einfach eine Kopie davon machen und zwar beliebig oft und beliebig hohe Qualität. Das ist sicherlich ein weiterer Punkt. Also die Kosten auf der einen Seite hängt damit zusammen, dass ich digitale Güter vervielfältigen kann, wie ich möchte. Es wird niemals ausverkauft sein, weil ich das einfach kopieren kann ohne Aufwand. Ja, das sind eigentlich schon die wesentlichen Dinge, die diese Güter unterscheiden und dennoch sind sie so profund, dass wir daraus komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle sehen. Also wir können das in verschiedenen Branchen und Bereichen sehen und das sind nochmal die Merkmale, die eigentlich wichtig sind. Das Erste ist, sie werden computer-processable natürlich dadurch, dass ich digitalisiere, kann ich sie vom Rechner verarbeiten und in dem Fall bei Musik ist das vielleicht gar nicht so wichtig, aber letztlich ist ja das Musik abspielen oder das Zusammenstellen einer Playlist und so weiter auch eine Form der Verarbeitung. Also dass ihr so eine eigene Playlist erstellen könnt, mal eben auf dem Smartphone für eure nächste Party, das ist ja mit einer CD auch nicht ganz so einfach. Da müsstet ihr die CDs ja auch wechseln und so weiter. Das heißt, da habt ihr letztlich schon auch einen Benefit von der Computerverarbeitbarkeit, dass ich einfach die Musikstücke in der Playliste anordnen kann. Ich kann sie perfekt reproduzieren, Perfect Reproduction und das Perfect will ich hier nochmal unterstreichen. Also eine Kopie digital ist wirklich eine 1 zu 1 Kopie. Es ist nicht so, wie damals bei Kassettenrekordern, da gab es ja auch die links und rechts ein Band rein, auf der anderen eine leere Kassette, dann übertrage ich das und mit jeder Kopie wurde die Aufnahme schlechter. Das könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr ein Blatt auf den Kopierer legt, das kopiert und dann nehmt ihr die Kopie und kopiert die Kopie wieder und kopiert die Kopie wieder nach 4, 5 Mal, dann könnt ihr nichts mehr lesen oder vielleicht auch ein bisschen später, je nachdem, wie gut euer Kopierer ist. Das hat eigentlich, das hat mit der analogen Welt zu tun. Wir machen immer wieder ein Abbild der analogen Welt und machen eine Kopie davon und bei dieser Kopie kommen Störfaktoren rein. Also zum Beispiel ein Staubkorn, was auf dem Kopierer liegt oder schlechte Lichtverhältnisse, die führen dazu, dass die Kopie schon mal schlechter ist als das Original. Bei Audiokassetten ist es so, da kann eine kleinste elektromagnetische Störung schon den Übertrag zum Rauschen bringen oder so verändern, dass es auf jeden Fall nicht mehr so gut ist wie das Original. Also in der analogen Welt, das muss man auch noch mal festhalten, haben wir tatsächlich potenzielle oder haben wir das Problem, dass es viele Störfaktoren gibt, die dieses analoge Signal auch verändern können. In der digitalen Welt mit Nullen und Einsen, da ist das Originalmusikstück genau das gleiche wie das andere, das sind genau die x Millionen Bits und Bytes in genau der gleichen Abfolge, weil Computer einfach perfekt diese Nullen und Einsen, wie wir auch noch kennenlernen werden, kopieren können. Da gibt es keine Fehler, also zumindest so gut wie keine und selbst wenn welche entstehen, könnte man sie abfangen und ausgleichen. Aber Perfect Reproduction ist hier wirklich wichtig. Der zehnte Kunde bekommt keine schlechtere Version von irgendeinem Lead als der erste. Das ist natürlich bei CDs auch nicht so, aber wenn ich sie überspielen würde, wäre das so. Wenn ich jetzt ein Mixtape hätte und ich würde das mit einem Freund oder Freundin überspielen, dann würde das ein bisschen schlechter werden. Non-Rival, damit meinen wir im Prinzip, es gibt keine Rivalität auf Deutsch übersetzt, es gibt kein Run auf die CDs, es kann nicht ausverkauft sein. Der eine Kunde nimmt mit dem anderen nichts weg, weil digital eben nicht in physischen Medien manifestiert ist, sondern es ist im Prinzip eine Folge von Null und Eins im Rechner, die ich beliebig kopieren kann. Und das war der erste Punkt, Near Zero Costs of Reproduction, also fast keine Kosten für diese Reproduktion, die auch noch perfekt ist, außer natürlich die Stromkosten, die muss ich natürlich schon irgendwie auch berücksichtigen, sind aber vergleichsweise niedrig und natürlich die einmaligen Hardwarekosten, die ich habe, die Infrastruktur, die ich brauche, aber gut, da könnte man sagen, brauche ich für eine CD auch eine Fabrik oder was auch immer, wo ich die herstellen lasse. Also die Kosten, die Variablenkosten sind tatsächlich nicht vorhanden oder fast null. Und eine Kostenstruktur, wenn man sich die mal aufmalen würde, von digitalen Gütern sieht tatsächlich also bei wenn wir jetzt hier die Menge haben und hier die Kosten, dann habe ich ja häufig bei normalen Gütern, ich mache es nochmal idealtypisch, dann habe ich hier so eine Linie. Das hier sind die Fixkosten, Fixkosten, die ich habe, die einmalig entstehen, zum Beispiel für die Fabrik, in der ich die CDs herstelle oder für was auch immer, die Aufnahme der CD überhaupt, das muss ja auch mal passieren, die habe ich einmalig und mit jedem Stück, was ich verkaufe, habe ich aber zusätzliche Variablenkosten. Das sind dann die Variablenkosten. Die entfallen im Prinzip bei der digitalen Variante komplett. Das heißt, da habe ich eher so eine Struktur, dass die Fixkosten zwar natürlich auch da sind, aber ich mit jeder weiteren verkauften Einheit keine zusätzlichen Kosten habe. Also ich habe hier keine variablen Kosten und sie bleiben im Prinzip konstant und das bedeutet, ich kann die Fixkosten über die Anzahl der verkauften Stückzahlen Schritt für Schritt wieder reinholen und irgendwann bin ich breakeven und bin im Gewinnbereich, habe keine zusätzlichen Kosten und deswegen sehen wir eigentlich auch im Bereich der digitalen Güter häufig dieses Free-Modell, dass man auch Sachen umsonst bekommen kann oder erst free und dann bezahlt. Das kann man sich leisten in der Software-Welt oder in der digitalen Welt, weil wir einfach da über die Masse diese Fixkosten relativ schnell drin haben und wir brauchen eigentlich nur einen bestimmten Threshold an Kunden und um den zu erreichen ist es oft besser, man gibt vielen das for free und man macht so ein paar Premium-Sachen, die dann doch was kosten. Das könnte man sich in der anderen Welt nicht so richtig leisten, also man könnte sich mit variablen Kosten schwer vorstellen, dass man jemandem ein Auto gibt for free und sagt, wenn du jetzt die Ledersitze möchtest, dann musst du aber bezahlen, vorher nicht. Das funktioniert in der anderen Welt nicht so gut, also in den physischen Gütern. Das funktioniert aber in der digitalen Welt schon, hier bekommst du die App, du kannst damit deine Fotos scannen, aber wenn du sie als PDF speichern willst und nicht als Bild, dann musst du halt bezahlen. Okay, das kann man machen und das funktioniert in der digitalen Welt sehr gut, weil wir eben diese Kosten nicht haben. Diese Cost of Reproduction, es ist eigentlich egal, ob ich es jemandem weiteren gebe. Völlig wurscht, ich habe keine Kosten dadurch, aber natürlich will ich irgendwie Geld haben, aber ich habe eine gewisse Möglichkeit, auch was for free rauszugeben. Das ist auch die Erwartungshaltung, die viele haben, warum kosten digitale Güter eigentlich Geld? Da ist doch gar nichts physisches dahinter. Natürlich wissen wir, da ist schon einiges dahinter. Irgendjemand hat es mal erstellt, irgendjemand möchte dafür bezahlt werden, irgendeine Firma beschäftigt. Leute, aber letztlich die Frage, was ist das eigentlich? Das sind im Prinzip nur 0 und 1 auf meinem Rechner. Das ist ein bisschen anders bei physischen Gütern, da kann man sich das ein bisschen leichter vorstellen. Ich sehe gerade, man sieht ja meine schöne Zeichnung gar nicht. Also hier bleiben die Kosten praktisch konstant bei den Fixkosten, wenn sie hier mit den variablen Kosten jede Menge erzeugt ein bisschen Variablenkosten. Im Fall der CD ist das leicht zu verstehen. Ich wollte noch andere Beispiele mit euch besprechen. Vielleicht sammeln wir noch zwei, drei. Was für andere Beispiele ähnlich, was ist das Analoge, was ist das Digitale jetzt? Fallen euch ein? Es gibt sehr, sehr viele, wenn man darüber nachdenkt. Wir finden jetzt ein paar, die relativ klar sind. Wir haben jetzt gehört CD und Spotify. Ja, du siehst du erst. Und was hätten wir da? Was wäre... Genau, DVD, Netflix wäre so ein Beispiel, was genau in dieses gleiche Muster passt. Also Videos werden digitalisiert, brauchen wir nicht mehr im Laden kaufen. Fotos sind so ein Beispiel, wo auch dann auch viele Firmen, bei den anderen Beispielen auch gehen immer viele Firmen vom Markt und es kommen neue. Und bei Fotos, Digitalkameras, wurden halt alle dann überrascht, die Filme und Analogkameras. Gibt es natürlich immer noch, auch Liebhaber. Und da gibt es natürlich auch einen Unterschied nochmal. Analoge Fotos sind tatsächlich auch im Ergebnis analog und haben dann gewisse Vorzüge, aber auch Nachteile. Ich kann sie halt nicht im Computer verarbeiten, ich kann sie nicht reproduzieren, ich brauche entsprechend Filme und so weiter. Aber das ist auch ein Beispiel, genau. Digitalkameras beziehungsweise digitale Fotos und ja, Digitalkameras, die dann auch wieder obsolet wurden durch die ganzen Smartphones, die wir heute haben. Es werden deutlich weniger Kameras gekauft, als noch vor, als sie gerade neu rauskamen, weil wir eben jetzt auch jeder von uns immer eine Kamera dabei haben und die sind auch so gut mittlerweile, dass für den Alltag meistens keine andere Kamera mehr angeschafft wird. Genau, das ist ein anderer Effekt. Ja, was fallen euch noch für Beispiele ein? Ja, diese Werbeprospekte meinst du jetzt? Ja, genau, da gibt es jetzt ja so die Lidl-App und sowas und von jedem Supermarkt gibt es eine App. Genau, das ist im Prinzip auch ein Beispiel dafür, wo man sich letztlich digitalisierte Varianten überlegt hat und dadurch das Papier spart. Letztlich spart das natürlich Kosten für die Firma, hat aber auch noch andere Vorteile. Wenn ich mich da anmelde, haben die Daten über mich bekommen, die ihnen natürlich helfen, gezielter Werbung zu machen, also da kann man auch durchaus ein super Beispiel daraus machen, warum das, was das für Vorzüge hat über das hinaus, was wir hier schon sehen. Also hier reden wir eigentlich über Produkte, aber das Thema Daten und was man mit den Daten alles machen kann, ist natürlich nochmal ein ganz anderes, was dahinter steht, was übrigens auch bei Spotify dahinter steht. Also wenn die wissen, was ihr hört, ist das natürlich super interessant für die, um auch einschätzen zu können, was lohnt sich eigentlich zu lizenzieren oder welche Künstler kann man eigentlich gut bezahlen, welche schlecht, also weniger gut, schlecht ist so ein böses Wort dort, aber letztlich gibt es dann ganz andere Bezahlmodelle, ganz andere Möglichkeiten letztlich durch die Digitalisierung. Ja, Bücher fallen mir noch ein, also wenn man Bücher, wenn man jetzt in den Urlaub fährt, muss man sich nicht mehr überlegen, nehme ich drei Bücher in meinem Koffer mit, sondern ich habe halt meinen Kindle oder meine Lese-App, was auch immer, worauf ich lese, dann auf dem Handy oder sogar auf meinem Kindle-Reader, was auch immer man hat, kann man dann im Urlaub noch entscheiden, weil man da meistens auch Zugriff hat auf seinen Anbieter. Ja, es gibt viele, viele andere Beispiele noch, wo wir Digitalisierung sehen und was da digitalisiert wurde, häufig nicht ganz so klar ist, als zum Beispiel, wenn man sich mal so Airbnb anguckt, das ist ja auch ein digitaler Dienst, der hat eigentlich auch keine physischen Güter, aber der bietet praktisch über eine physische Industrie eine digitale Lösung an. Das ist letztlich das Hotel-Business, was dadurch infrage gestellt wird oder zumindest Konkurrenz bekommt. Also Airbnb hat keine eigenen Wohnungen oder Häuser, sondern die geben einfach nur den Zugriff auf eine große Menge an verfügbaren Angeboten, an Häusern, Wohnungen und so weiter. Und das ist auch eine digitale Dienstleistung, die nur durch Digitalisierung möglich ist. Genau, das gibt sicherlich hunderte Beispiele und ich will es heute dabei erstmal belassen. Also,